Ein Vigno Verde muss ein spritziger und nicht zu trockener Wein sein, denn er ist eigentlich als Durstlöcher an heißen Sommertagen oder als Aperitif gedacht. Genau solch ein Exemplar ist der Vigno Verde Vignareal de Quinta d'Alixer. Er ist unbeschwert, beschwingt und präsentiert sich mit einer schönen Frucht. Umso heißer es draußen wird, umso besser schmeckt er.